Herzlich Willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute machen wir eine kleine Tour mit Timmy hier mit seinem Madrid Longboard und ich hier mit meinem Pennyboard. Wir fahren jetzt zu so einem Spielplatz, wo wir Beat Soccer wahrscheinlich spielen. Und ja, wir fahren mal los würde ich sagen. Ja, ich bin weg von zu Hause, denn die Alte muss ich das. Ich habe kaum nachgemacht. So, das wird sicher geil, wenn wir jetzt im San Fußball spielen werden. Ja, wir hoffen, dass es uns nicht schmeißt. Sonst sind wir, naja, Arsch. Und der Tim ist doch wieder dabei, habe ich vergessen zu sagen. Der Tim ist auch dabei, habe ich vergessen zu sagen. Ach, geh, hast du gar nicht. Sicher, aber stellst du, hast du gesagt, wir haben einen Trick drin. Ja und. So, wir haben alles mit Timmy direkt drin, Rucksack, wo wir das ganze Zeug drin haben. Und wir fahren jetzt mit dem Grad vom Fußballtraining heimgekommen. Der Timmy hat mich voll erschreckt, dass ich mein Rad in die Garage gestellt habe. Aber das macht das nicht. So, und ja, würde ich sagen, sehen wir uns am Spielplatz wieder. Das ist dein Buch lässtsorecht. Nee, ganz gut. Okay, hallo! So, ihr könnt ihr euch persönlich zu Lawrence in oilstufen.